Moin ihr Lieben, ich bin gerade auf dem Weg nach Berlin, wenn ihr euch fragt, warum ich so leise spreche. Ich bin gerade im Zug und ich möchte die anderen nicht wecken, weil es ist verdammt früh. Ja, nachher geht's los mit der Moderation für RTL 2, Silvester-Hit-Countdown. Ich bin aufgeregt und sehr gespannt. Eine kleine Pause muss auch mal sein. Außerdem habe ich einen neuen Nintendo bekommen zum Geburtstag. Intent! Im Zug Nägel lackieren ist total bescheuert. Es ist so wie beim Autofahren, es ist total sinnlos und man verschmiert alles, aber ist mir jetzt scheißegal. Ich habe nämlich gleich keine Zeit. Auf jeden Fall sind wir schon mal in Berlin, das haben wir schon geschafft. Tschüss! Wir müssen jetzt... Jetzt geht's los. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Aber es wird geil! Ja, ist auf! Ich bin echt ein bisschen aufgeregt. 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 Ich habe den ganzen Abend nichts getrunken bis zum Ende der Schalte. Okay, zwischendurch ein Glas Weißwandschwolle. Einfach zur Beruhigung. Aber danach habe ich alles aufgeholt und es geht mir richtig schlecht. Jetzt muss ich nach Hause. Das war auf jeden Fall ein unfassbar cooler Abend. Das hat super viel Spaß gemacht. Und jetzt bin ich echt fertig und froh, dass ich im Zug nach Hause sitze. Und ich werde mich gleich einfach nur ins Bett liegen und schlafen. Trotzdem nochmal allen ein frohes 2015. Das ist es.